Woran liegt es, dass Beziehungen mit Narzissten als so verwirrend empfunden werden? Beobachten Sie narzisstische Zeitgenossen lange genug, können Sie die vielen verrückten Spielchen beobachten, die diese mit Ihrer Umgebung treiben. Dann erkennen Sie, dass diese unbedingt die Dinge auf Ihre Art beeinflussen wollen und dass Sie die Menschen in Ihrer Umgebung benutzen, um Ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wie viel auch immer Sie über Narzissten wissen, es ist keine Seltenheit, dass es Sie trotzdem verwirrt. Woran liegt es, dass Beziehungen mit Narzissten als so verwirrend empfunden werden? Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist Fieslinge. Gefühle und Gedanken spielen eine große Rolle in unserem Leben. Geraten wir in Situationen, in denen wir eine Gefahr wahrnehmen, reagieren wir oft emotional und schieben unsere logischen Gedanken beiseite, bis wir das Gefühl haben, dass wir aus der Situation heraus sind. Es sind uralte Mechanismen, die sich hier bemerkbar machen. In eigenen Beiträgen beschreibe ich die Kampf- und Fluchtreaktion, die sich bei Menschen in Angst- und Stresssituationen einstellt. Meistens liegen die Emotionen über die Logik. Das Stammhirn übernimmt die Führung und das hat seinen Grund, weshalb es auch als Reptiliengehörn bezeichnet wird. Wird es aktiviert, starten uralte Routinen, die das Überleben sicherstellen sollen. Erst nachdem sich die Situation beruhigt hat, können sie logisch darüber nachdenken, was passiert ist und was sie ihrer Meinung nach hätten anders machen können. Hätte, hätte Fahrradkette. In dem Moment der Erregung hatten sie jedoch keinen Zugang zu diesen weiterführenden Gedanken und arbeiteten auf der emotionalen Ebene im Überlebensmodus. Aus diesem Grund bringt es nichts zurückzublicken und darüber nachzudenken, was man hätte anders machen können, denn diese Möglichkeiten standen in diesem Moment nicht zur Verfügung. Das ist bei der Übernahme durch das Reptiliengehörn nicht vorgesehen. Weil die Emotionen häufig über die Logik siegen, gelingt es Narzissen leichter, dass sie sich verrückt fühlen. Narzissen verstehen es, sie in eine Lage zu versetzen, in der sie das Gefühl haben, keine Kontrolle mehr zu haben und sich nur noch darauf konzentrieren, den Moment zu überstehen. Es geht für sie ums Überleben und darum, aus dieser stressigen Situation herauszukommen. Gerät jemand in einen erhöhten emotionalen Zustand, fällt es ihm schwer, logisch zu denken und Entscheidungen zu treffen, die er getroffen hätte, wenn er sich nicht in diesem erhöhten emotionalen Zustand befunden hätte. All das wird durch die Anwendung von Gaslighting durch den Narzissen noch verschlimmern. Gaslighting ist eine Form der Manipulation, bei der der Narzisst versucht, Macht über seinen Partner zu erlangen, indem er ihn dazu bringt, seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen. Narzissen setzen Gaslighting langsam und mit der Zeit an. Deshalb ist das als Manipulationstechnik so erfolgreich. Narzissen werden sich an Dinge anders erinnern als sie, oder diese werden ihnen erzählen, dass etwas nicht passiert ist. Ein paar kleine Dinge oder Momente hier und da sind es vielleicht nicht wert, die Situation in Frage zu stellen, und Narzissen wissen das. Mit der Zeit, wenn diese sie zermürbt haben, bringen diese größere, wichtigere Themen ins Spiel, die zur Manipulation genutzt werden. Sie bemerken dies jedoch nicht, weil es langsam voranschreitet. Narzissen blenden unter anderem durch eklatante Lügen das Abstreiten von Aussagen. Dies geschieht selbst dann, wenn es Beweise gibt. Konfrontieren Sie Narzissen mit dem, was Sie wissen, dann lügen diese und leugnen es. Egal, welche Beweise Sie Ihnen vorlegen oder wie lange Sie das Thema diskutieren, bleiben diese dabei, dass Sie im Unrecht sind und behaupten, nicht zu verstehen, wovon Sie sprechen. In der Zeit fangen Sie an zu glauben, dass das, woran Sie sich erinnern, nicht korrekt war und nehmen die Behauptung der Narzissen als Realität an. Narzissen wissen, dass Verwirrung sie schwächt, und das ist genau das, was diese wollen. Sie beginnen alles zu hinterfragen, auch Dinge, die nichts mit den Narzissen zu tun haben. W. Sie wenden sich damit an einen Narzissen, um Unterstützung und Bestätigung zu erhalten. Das ist ja nur eine weitere Möglichkeit für Ihnen, Sie zusätzlich zu verwirren, indem er Ihnen Informationen gibt, die nicht der Realität entsprechen. Sie haben den Bock zum Gärtner gemacht, und der jubelt Ihnen möglichst viele Unvorgründe. Ein weiterer Grund, weshalb Narzissen Ihnen das Gefühl geben, verrückt zu sein, ist, dass diese Ihnen direkt sagen, dass Sie verrückt sind oder es zumindest unterschwellig vermitteln. Narzissen missbrauchen emotional und kontrollieren ihre Partner, indem sie diese herabsetzen, beschimpfen und beleidigen. Verhalten Sie sich anders, als es Narzissen gefällt, werden Sie als verrückt bezeichnet. Hämmerungen sind etwas für weicheier, meinen solche Leute. Narzissen übernehmen nicht die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten, also machen diese Sie zum Problem. Durch die Kombination von erstens Gaslighting, als dessen Folgen Sie sich verrückt fühlen, weil Sie nicht wissen, was real ist und was nicht, und zweitens den Beschimpfungen, bei denen Sie als verrückt bezeichnet werden, beginnen Sie es zu glauben. Egal, wie erfolgreich und intelligent Sie sind, das macht Sie nicht immun gegen die fiesen Machenschaften von Narzissen. Diese Menschen spielen mit ihren Emotionen, um sie zu zermürben und einen geschwächten emotionalen Zustand zu versetzen, in dem logische Gedanken kaum möglich sind. Je mehr diese Sie schwächen, desto mehr Kontrolle haben diese über Sie. Narzissen wollen Ihnen das Gefühl vermitteln, verrückt zu sein. Davon versprechen sich diese einige Vorteile. Um zu erkennen, dass Ihre Wahrnehmung, Ihr Denken und Ihr Handeln schlüssig sind, brauchen Sie verlässliche Perspektiven. Es ist daher wichtig, dass Sie andere Menschen finden, mit denen Sie Ihre Sorgen besprechen und die Sie als Perspektive nutzen können, anstatt Ihren narzisstischen Partnern. Es ist für Narzissen von Vorteil, wenn Sie sich verrückt fühlen, also werden diese keine Anstrengung unternehmen, Ihr Verhalten zu verändern. Würden Ihnen solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was in Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen vor sich geht. Letztlich ist es Ihre Aufgabe auf sich, und die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, acht zu geben. Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden, gehen Sie Ihren Weg, passend gut auf sich auf. Vielen Dank.